Liebe Studierende, willkommen zur fünften Videoübung des Semesters zum Thema Variometer. Eine lange Spule Länge L1, Durchmesser D1 und N1 Windungen enthält eine zweite, kürzere Spule der Länge L2 mit Durchmesser D2 und N2 Windungen. Die Längsachse dieser Spule 2 ist um den Winkel Alpha zur Achse der Spule 1 verkippt. Bei der Frage A soll man erstens einen Ausdruck für die Induktivität L1 der Spule 1 respektive L2 der Spule 2 in Abhängigkeit der oben gegebenen Größen angeben. Die beiden Induktivitäten lassen sich mit der Formel aus der Vorlesung schreiben als zum Beispiel für die Spule 1 magnetische Feldkonstante mal Anzahl Windungen im Quadrat mal Querschnittsfläche, in diesem Fall der Spule 1 gedeiht durch Länge der Spule 1, was dann explizit gleich Mu0 mal N1 im Quadrat mal Pi mal D1 im Quadrat gedeiht durch 4 mal L1. Respektiv können wir jetzt sofort auch die Formel für L2 schreiben. Das ist dann Mu0 mal N2 im Quadrat mal Pi mal D2 im Quadrat gedeiht durch 4 mal L2. Frage B Durch die Spule 1 fließt der Strom I1, sodass er im dargestellten Querschnitt oben in die Papierebene hineingeht und unten aus der Papierebene herauskommt. Man soll einen Ausdruck für die magnetische Flussdichte B1 innerhalb der Spule 1 sowie für den Fluss durch die Spule 2 verursacht durch die magnetische Flussdichte der Spule 1 finden. Die magnetische Flussdichte B1 im Inneren der größeren Spule ist allgemein definiert und vektoriell als Mu0, eben die magnetische Feldkonstante, mal die magnetische Feldstärke. Wir haben in der Vorlesung gesehen und auch experimentell festgestellt, dass die magnetische Feldstärke eine Spule 1 ist dann gleich Anzahl Windungen der Spule, in diesem Fall N1, mal Strom, der eben durch diese Spule fließt, gedeiht durch die Länge der Spule. Dazu nochmal EZ als Einheitsvektor, weil B1, die magnetische Flussdichte der größeren Spule, ist längs der Z-Achse orientiert, eben als Folge der rechten Anträge. Der Fluss durch die Spule 2 ist somit, wie wir auch in der Vorlesung gesehen haben, nennen wir dies V1,2 ist gleich dem Flächenintegral der magnetischen Flussdichte, erzeugt bei der Spule 1 und als Integrationsfläche nehmen wir selbstverständlich die Querschnittsfläche der Spule 2. So als Argumente des Integrals hat man mit einem Skalarprodukt zwischen magnetischer Flussdichte und Flächenelement. Explizit, wenn wir diese Formel benutzen, ist dann gleich µ0 mal N1 mal I1 gedeiht durch L1 und dann nochmals die Integration bezüglich dieser Fläche A2 von Cosinus Alpha. Und wenn wir das lösen, ist dann gleich µ0 mal N1 mal I1 gedeiht durch L1 mal Pi mal D2 im Quadrat gedeiht durch 4 mal Cosinus Alpha. Und eben Achtung, Cosinus Alpha kommt aus der Definition des Skalarproduktes zwischen Feld, also magnetischer Flussdichte, und Flächenelement. Für die Gegeninduktivität erhält man dann gemäß der Definition in der Vorlesung folgende Darstellung. Also L12 ist gleich N2 als Anzahl Windungen der Spule 2 mal Fluss, also magnetischer Fluss durch die Spule 2 gedeiht durch Strom I1, der eben durch die Spule 1 fließt. Und explizit mit Hilfe des vorherigen Ergebnisses ist dann gleich µ0 mal N2 mal N1 mal Pi mal D2 im Quadrat gedeiht durch 4 mal L1 und dem mal Cosinus Alpha. Eine weitere Frage ist, wie der Winkel Alpha eingestellt werden muss, um die Spule voneinander zu entkoppeln. Entkoppeln bedeutet hier, dass die Spule einander nicht mehr beeinflussen. Also die N-Koppel bedeutet auch, dass L12 gleich 0 sein muss und dies erfolgt bei einem Winkel Alpha gleich 90 Grad, nämlich wenn beide Spulen senkrecht zueinander stehen. Spule 2 wird nun gleichmäßig mit der Kreisfrequenz w gedreht. Das heißt, Alpha als Winkel ist jetzt eine Funktion der Zeit, nämlich Frequenz mal Zeit definiert. Man soll die in dieser Spule 2 induzierte Spannung als Funktion der Zeit d starten bei d gleich 0 angeben. Die Zeitabhängigkeit von Alpha verursacht eine Zeitabhängigkeit des magnetischen Flusses. In der Spule 2 wird somit durch ihre Drehung oder Rotation die induzierte Spannung, nennen wir dies Ui2, gleich N2 mal zeitliche Ableitung des Flusses induziert. Wir verzichten hier auf das Minusvorzeichen nach der Lenz'schen Regel. Uns interessiert die Spannung und nicht so ganz die korrekte Polarität. Das heißt, wenn wir jetzt die Formel benutzen, die wir bis jetzt berechnet haben, dies ist dann gleich, ich kann das hier weiterschreiben, Minus, Minul mal N1 mal N2 mal I1 geteilt durch L1 mal Pi mal D2 hoch 2 geteilt durch 4 mal diese Frequenz mal Sinus der Frequenz mal die Zeit. Achtung, hier das Minusvorzeichen kommt aus der Ableitung nach der Zeit der Cosinusfunktion. Achtung nochmals, der Fluss ist allgemein und immer für eine Spule mit einer Windung definiert. Daher die Multiplikation hier in dieser Formel für die induzierte Spannung mit N2. Die induzierte Spannung hat den maximalen Wert gegeben durch Faktor hier dieser Funktion. Und was es folgt, ist dann eine sinusförmige Spannung, eine sinusförmige induzierte Spannung, die sich so skizzieren lässt. Wir haben somit das Konzept der Gegeninduktion zwischen zwei Spulen aufgerollt. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.